Musik Die Vision ist im Endeffekt eine Art Grand Hotel 4.0 zu machen. Ein Ort, der mehr ist als eben nur ein Hotel oder nur eine Bar. Wo Menschen sich aus dem Hotel treffen mit Menschen aus der Stadt. Wo sich Atmosphären entwickeln oder wie so eine Art Magie, die den realen Ort noch darüber hinaus belebt. Dass es halt dann auch am Ende um die Menschen geht, die das Ding benutzen. Die Aufgabenstellung war, den leeren Raum zu nehmen, so wie er ist. Den Wüsten-Input, den wir da reingeliefert haben an Farben, Dingen, Überlegungen. Das Bett, da war ja schon Sachen da. Und daraus was zu formen, was dann irgendwie sich durch die Zimmer trägt, ohne dass man das Gefühl hat, das ist jetzt alles gleich. Und das ist total gestreamlined. Sondern dem eben noch Spielraum zu lassen. Wenn wir ein Projekt starten, betrachten wir immer zwei Punkte. Also das heißt, wir schauen uns als erstes die tatsächlichen Notwendigkeiten an, die der Kunde hat. Also was will der denn an diesem Ort? Was braucht der denn tatsächlich? Aber genauso wichtig ist es für uns, was für eine Haltung hat der Kunde. Was steckt dahinter? Was müssen wir tun, um die Identifikation mit dem Kunden zu machen? Wir haben keine Wände eingerissen. Wir haben die Struktur, die Raumaufteilung ja so übernommen, wie wir sie vorgefunden haben. Weil von vornherein klar ist, dass dieser Ort nicht für immer existieren wird. Wissen wir, dass wir sowohl von den Budgets, von den zeitlichen Vorgaben nicht mit demselben Standard rangehen können, wie wir es normalerweise tun würden, wenn wir so eine Aufgabe bekommen. Wir waren lange auf der Suche nach einer Geste, die aus ehemaligen Büros Hotelzimmer macht. Das Thema Kunst, Kultur, Literatur, Musik spielt hier eine große Rolle. Und da heraus ist eigentlich die Idee entstanden, dass wir dieses Zimmer unbedingt auch inszenieren wollen. Und da ist der Begriff natürlich Bühne, Stage nicht so weit entfernt. Und so ist die Idee entstanden mit diesem 360-Grad-Vorhang-System, einen zweiten Layer reinzunennen. Wir haben das Softshell genannt im Hardshell, sodass wir eigentlich eine schöne Inszenierung haben. Wir haben die Vorhänge dann auch mit einem bestimmten Detail, mit so silbernen Laschen immer geöffnet, dass man auch sieht die Stellen, wo sich was dahinter versteckt. Also es ist eine Möglichkeit, den Gast oder den Hotelgast auch zum Handelnden zu machen, indem er eigentlich den Raum auch entdecken kann. Die Idee, die die Betreiber hatten, das Ganze hier sehr kuratorisch zu betrachten, mit Inhalten zu füllen, mit echten Inhalten, wie sie es genannt haben. Das ganze Haus soll bespielt werden, es soll für die Stadt geöffnet werden. Also es ist kein introvertiertes Hotel, sondern eigentlich auch eher ein Ort für die Stadt. Wir hatten einfach den Eindruck, dass der Florian Süßmeier der ideale Künstler ist, um eben einerseits als lokaler Künstler vorzukommen. Da hat uns natürlich der Gegensatz ganz gut auch gefallen von so einer prominenten Adresse wie der Kardinal-Faulhaber-Straße 1, eben so einen Punk letztendlich ins Boot zu holen. Ich glaube, der Kunde hat davon profitiert, dass wir seine Idee sehr gut verstanden haben und dass wir ein schlagskräftiges Konzept machen konnten mit einer sehr starken Idee, eine einfache Idee. Trust the process, zu sagen, hm, das ist alles etwas, was wir so noch nicht gemacht haben. Also alle lernen, alle machen was Neues und alle gehen kompromisslos diesen Weg. Was einfach bedeutet, dass wir Dinge anders betrachten sollen, dass wir mal einen Schritt zurückgehen und uns anschauen, können wir aus gewissen Situationen was anderes machen. Das hier ist entstanden, ja, und so einen Entstehungsprozess managen zu können und beiwohnen zu wollen und nicht zu sagen, ich habe hier eine Idee und wenn die Idee nicht gemacht wird, dann will ich auch nicht mehr. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor in der Zulammlung. Ich freue mich jetzt eigentlich darauf, dass die Dinge auch von echten Menschen benutzt werden in nächster Zeit. A, Hotel Happening, das ist es. Also da haben wir in der ersten Nacht gesagt, was ist das? Und dann haben wir gesagt, das ist ein Hotel Happening, fertig. Und genau die drei Worte sind das. Ich kann das nicht, glaube ich, auch in Worten zusammenfassen. Also einfach eine schöne Sache gewesen.